Diese zu erwerbende neuwertige Fünf-Zimmer-Doppelhaushälfte liegt in Balken. 2013 wurde dieses Ein-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Außenparkplatz. Es hat vier Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 224 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 144 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 215.000 Euro. Postbank Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen. Die Pfähleumann auf 9.600 Euro. Die Pfähleumann auf 2.8 bis 5.500 Euro.